so leute und herzlich willkommen zu einer weiteren mark von mir wir haben es 11 34 und es ist sonnig sogar sehr schön blauer himmel ein paar wölkchen aber passt ja ist ein bisschen frisch aber ich denke heute wird ein interessanter tag ja heute kommen höchstwahrscheinlich philipp und alex mit mir und meine eltern wir wollten einfach mal heute am sonntag ein bisschen aus der stadt rausfahren wir haben jetzt ein langes wochenende morgens der erste mai ich bin mir nicht mehr sicher was das für ein tag ist aber wir wollten vielleicht nach eberswalde fahren dort irgendwie picknicken oder so wird spontan so damit sind die brötchen geholt dieses wetter ist so grandios und noch mal am rand ich glaube wie man hört bin am kränkeln noch mal zur info dieser blog ist komplett im linearen fov gedreht okay dann könnt ihr auch noch mal beurteilen wie das im gegensatz zum medium oder zum weitwinkel so leute wir fahren glaube ich hier also von jetzt und da dahin und besichtigen irgendwie das schiffshebewerk kino foto werden dann noch ein bisschen rum nach ich meine wette muss rausgehen dann gehen wir jetzt los und holen den philipp ab ja also wir sind jetzt schon im zweiten stau richtig geil vor allem was weil wir brauchen noch ein paar jungen so wir sind jetzt da ich zeige euch jetzt mal ganz shorty hier mal sehen ob es cool wird ey philipp bist du aufgeregt hier doggy king ey aber das konstrukt sieht ziemlich geil aus wir werden uns dann gleich hier oben mit meinen eltern treffen wir müssen noch was holen vom auto und ich denke allein schon also leute ich denke schon allein für die aussicht hat es sich gelohnt hier her zu kommen ich habe auch gerade noch mal was gegessen also was richtiges natürlich schnitze mit kartoffelsalat schnitze mit pommes egal das wird eh nie überreichen äh so wir sind mittlerweile in berlin und wir haben es jetzt irgendwie schon 18 uhr 50 oder so 18 uhr 31 ja und ich glaube wir sind beide ziemlich müde ne ja philipp tschüss Mensch war auf jeden fall fun heute mit dir ich liebe sie lass mich nicht allein philipp die 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 Bis zum nächsten Mal.